alles nur rote 286 Sekunden ist es nur die Szene jetzt geht's schnell weiter jawohl der hat schon mal gekippt ich muss mal gucken wie die Knochen alle sind das ist komm ich mach mal ein Abflug hier jetzt ich muss sehen ob wir die Knochen rausfinden wenn wir hier raus bekommen komm haute mal ab jetzt alle hier ja was nicht da drin ist er da komm hau ab jetzt und so ja 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 Hau mal auf, ja. Prozent Prozent Ich muss gucken, dass ich diesen dreckigen Hunde füge an der Krieg, Alter. Ja! Dreckigen Kultisten, meine ich. Ich muss dazu erstmal kurz noch mal auf die Fähigkeit wechseln gehen. So. Adlamann, du kommst gerade recht. Mein Schwer gehört euch. Er wird uns sehr nützlich sein. Ich muss gucken, wo ich diesen dreckigen Hunde kopfkriege. Wie heißt den... Kultisten. Ich will vorher diesen Kultisten erledigen. Na, den einen will ich versuchen, diesen dreckigen Kultisten zu erledigen, ey. Alter, der wird spartverbluten! Mach mal auf, wie wir hier jetzt reichst langsam, Alter. Dein Schütter, Alter. Sie drängen uns zurück! Wir kennen uns zum Kult! Ich muss erstmal einen Abflug, mein Freund. Wir kennen uns zum Kultisten, der wird schon mal erledigt, ja. Hm. Ach, komm. Kurz mal auf die Fähigkeit hier mit rauf. So. So. Ach, komm, ist die nächste. Okay, geh hoppt man davon. Dann. Hau doch mal alle ab miteinander hier, ey. Ja. 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 Es ist ein Schicksal, durch meine Hand zu sterben. Ja, ja, tu mich auch gerade drücken. Woher ist der andere Idiot? Zu dem wollte ich gerade hin. Jetzt noch einmal. Guck hier, verdammte Axt hier. Guck hier. Das war der Scheiß jetzt gerade hier. Ja, jetzt... Mach doch, du Schla... Mütze, mein Gott. Wo ist die Oren geflogen? Sie sind dann weg. Ab jetzt. Junge, jetzt... Mach mal einen Abflug hier, verdammte Axt. Ja, reich doch aus, Alter. Jetzt haut doch mal alle ab hier, verdammte Axt. Oh, ja. Oh, ja. Oh ja. Ja. Jetzt haut doch mal ab hier, verdammte Axt. Nein! Ach, mein Gott, Alter. Weg! 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 Jetzt ist es mir noch verdammt. Kommer, man, schüttet er jetzt. Schnell zu dem anderen hin. Und schon auch. Jetzt haut doch mal alle ab miteinander hier, verdammte Halbsterlachen. Oh mein Gott. So. 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 Eigentlich. Sieh. Ich hab dieses Kultissenschwein nicht gesehen, Alter. Wo war der? Boah. So. Darauf herhalten. Käufliche Helden. Alter. Boah. Sag jetzt nicht, dass er abgehauen ist, dieses Kultistenschwein. Sag nur, dass dieses Kultistenschwein abgehauen ist hier. Ach komm. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ach, Mann. Pfff. Ich wollte dieses miese Kultistenschwein noch erledigen, aber nö. Nö. Pfff. Pff. Leute, das ist nicht euer Ernst gerade. Wo ist der? Wo ist der? Pff. 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 Da war ich doch. Aber wo ist dieser Pferd? hin geflüchtet toll was macht das ist gewonnen haben super wir haben gewonnen aber es hilft mir ist nicht weiter wenn ich den planen erlegt habe ich dieses mit den kultsten schweinheit erlegt habe nur dieses musikisten schweinheit ich muss noch wo war der auch die leute ist nicht euer ernst so und krieg ich den jetzt geplättet wenn der jetzt abgehauen ist ach nee wenn er es naja toll vielleicht auch die schaffte um den dazu erledigen hier wo ist er jetzt hin da ist nicht mehr auf dem schlachtfeld ich hatte ihn besiegt aber wir haben die wir haben die halte schacht geschlagen aber wo ist dahin jetzt kämpfe auf dem schlachtfeld von hier für athen habe ich gemacht aber dessen mann der fahrer hat sich nicht blicken lassen da ist glaube ich abgehauen der kleine hunde kopf der hund ist einfach abgehauen anscheinend leckt mich doch am arsch aufgedeckt ist ja schon mal das gute focus wolfsbau focus ok danke quest ein karte ich brauche kurz focus ein karte ein karte und ein karte ein karte ja was baum focus aber wo ist es noch wo du ein ganzes hier focus verdammter ja hier focus hier perfekt hier damals focus da steht der focus da haben wir ja wolfsbau auch das ist nicht euer ernst muss anscheinend dort erst mal wieder hin so jetzt haben wir es hier pass auf ok jetzt muss ich gerade noch mal gucken gehen hier so kultist erstmal hier wohl ah ja wolfsbau höhle wolfsbau meine güten alter bärenhöhle wilde wölfe aber ich glaube ich nicht der wolfsbau gewesen bären haben genau küsse darüber doch das andere dass man hier noch ein bisschen was frei schnell hier ich mache jetzt nur noch zwei dinge erfolge ist natürlich das ist was ich hin wollte klar mache ich hier nochmal schnell zwei dinge frei okay 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 Los 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 ин jahre jetzt habe ich den ganzen trick erst kapiert damit dass man es schaffen kann ja warte, warte, ich muss gleich gucken so mhm so jetzt muss ich denn jedes gebiet freiheitlich denn überhaupt äh was denn hier krank mei ok ok so dann haben wir hier glaube ich in der nähe nochmal irgendwo was wie ich gerade gesehen habe ja hier so es wäre nicht klug titios zu huldigen rieslich zog er den zorn des zeus und der anderen götter auf sich ja ja ich helfe euch mal hier tschau ja was ist das naja komm hm ja wir befuldigen weiter ja mach mal abflug hier ja ok naja du hülter ja mach ein abflug Oh, tschau. Auf So Auf, komm her Auf, komm her, komm Hau doch mal ab jetzt hier einfach, ey, der geht mit mir zu auf die Nerven gerade, wisst ihr das? Auf Ja, ja, dann gehen wir schon, das weiß ich schon, also weg mit dir, komm Ich töte dich und deine Familie Aha Willst du? Komm her, ich töte dich jetzt mal Deine Abfrag von mir kannst du hier ein Ding reinschieben und jetzt Abflug, tschau Natürlich bin ich kein Mensch, Alter Oh, komm her Und tschau Weg So Aha, was da mal denn hier schon ist Hm Hm Äh, ja, meine wahre Aufgabe ist jetzt Hier nach oben zu rennen Weil ich muss jetzt gucken Dass ich da jetzt endlich hier In Nächsten Machen kann So So Den nächsten Ding frei krieg endlich Ja, jetzt ähm Die nächste Gebiet Oh, Mann Oh, Mann Ja, hoch, komm Wolfsbau, da ist er, yes Da wollte ich hin Oho Oho Komm weg mit euch Hier kriegst du hin Ja, das ist Ja, hoch, komm Ja, hoch, komm Ja, hier Ja, das ist Ja, hier Ja, hier Ja, hier Ja, hier Ja, hier Ja, hier so die dreckstühle weg mit dir weg zu dir wollte ich gerade hier rein wollte ich gerade dann ist deswegen wegen diesem kultisten weist mich hin so wir herrschen mit chaos und zerstören was ich uns in den weg stelle ich das verfolgen einfach folgen wir mal so let's go alter auf jetzt okay ah hier perfekt so na also warte mal rufen wir das ok perfekt so hier oben so gut dann bin ich jetzt in den nächsten part wieder bis gleich so